Der EFM wird 30 Jahre alt. Der European Film Market hat sich in den letzten Jahren ja so richtig schon darauf vorbereitet, aber was man macht, wenn man 30 Jahre alt wird, was hat man in den letzten Jahren gemacht, wo geht es eigentlich zukünftig hin und was lässt sich noch verändern und natürlich, was gibt es zu feiern? Wir haben dieses Jahr da erstmal dafür gewählt, inhaltlich die Programme, die wir bisher hatten und aufgebaut haben, nochmal inhaltlich zu verstärken. Das heißt, der Doc-Salon für die Dokumentarfilmindustrie ist etwas größer geworden, eine wachsende Gruppe im Markt, die Produzenten, den EFM Producers Hub, haben wir sozusagen das Programm auch inhaltlich verstärkt. Die Serienplattform des Marktes Drama Series Days wird auch weiterhin ausgebaut im Zootpalast. Wir haben den Afrika Hub wieder beim Markt, wo ja für die afrikanische Industrie und innovative Ideen, die aus Sub-Sahara-Afrika kommen, sozusagen richtig Aufmerksamkeit ist. Und die Zukunft wird auch nochmal ausführlicher besprochen im AFM Horizon-Programm. Da geht es um Virtual Reality, es geht um künstliche Intelligenz, es geht um, wie Finanzierungsmodelle sich ändern, es geht um Blockchain. Und eine wichtige Frage auch, nicht nur, was bringt die Technologie von morgen, aber auch, wie divers wird die Industrie sein, um erfolgreich zu sein? Weil immer mehr Firmen auch merken, diversere Geschäftsmodelle, Leute aus diverseren Hintergründen, die an und in der Firmindustrie arbeiten, bringen auch etwas, wenn es um Wirtschaft geht. Das sind Fragen, die beim EFM auftauchen werden. Darauf freuen wir uns natürlich auch sehr. Ich freue mich außerdem sehr auf 30 Jahre EFM mit sehr guten Geschäften, nach wie vor natürlich wichtig, eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen von den Industrieplattformen bei der Berlinale. Und ich glaube auch, dass, wie der Markt sich jetzt aufgestellt hat, 30 Jahre feiern kann, hoffentlich auch wirklich was mit auf den Weg geben kann. Und dass unsere Kunden, die wieder nach Hause gehen, nach dem Markt, auch merken, sie haben nicht nur gute Geschäfte gemacht, aber wissen auch, was sie in den nächsten Monaten erwarten können, was auf die Zukunft ist. Und hoffentlich können wir da einen kleinen oder auch einen größeren Wegbegleiter sein. Und darauf freue ich mich. Ich werde, glaube ich, eine sehr spannende, gute 30-jährige Ausgabe.